Die 5 besten Dampfstuhlreiniger auf dem Markt Ich habe den Vileda Steam Plus XXL Dampfreiniger gekauft und bin sehr zufrieden. Es ist ein wirklich gutes Produkt für die hygienische Reinigung von großen Flächen. Es entfernt bis zu 99,9% der Bakterien und Viren und ist für alle Böden geeignet, insbesondere für Teppiche. Es ist einfach zu bedienen und die Reinigungsergebnisse sind ausgezeichnet. Ich würde es jedem empfehlen, der nach einer effektiven Reinigungslösung sucht. Ich habe den Vileda Steam Plus Dampfreiniger gekauft und bin sehr zufrieden. Es ist eine hygienische Bodenreinigung, die bis zu 99,9% der Bakterien und Viren entfernt. Es ist ideal für alle Böden, besonders für Teppiche. Ich bin überrascht, wie einfach und schnell es zu bedienen ist. Ich kann es leicht überall hin mitnehmen und es ist sehr effizient. Es hat meinen Boden sauber und hygienisch gemacht. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf und kann es jedem empfehlen. Ich habe mir den Kärcher Dampfreiniger SC3 Easyfix gekauft und bin begeistert. Der Druck von 3,5 Bars ist perfekt, um alle Arten von Oberflächen zu reinigen. Die Aufheizzeit von nur 30 Sekunden ist sehr praktisch und die Leistung von 1900 Watt ist beeindruckend. Ich kann mit dem Tank bis zu 75 Quadratmetern reinigen, was einfach großartig ist. Der Reiniger wird mit einer Entkalkungskartusche, einem Bodenreinigungsset und verschiedenen Düsen geliefert. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf und kann den Kärcher Dampfreiniger SC3 Easyfix wärmstens empfehlen. Ich bin begeistert von dem DI4 Steam Clean Multi 10 Max 10 in 1 Multifunktionsdampfreiniger. Es ist einfach zu bedienen und die 1500 Watt Leistung ermöglicht eine schnelle und effektive Reinigung. Mit 99,9% der Viren und Bakterien, die entfernt werden, fühle ich mich sicher, dass mein Zuhause sauber und gesund bleibt. Ich mag auch, dass ich keine Chemikalien oder Scheuermittel benötige, um meine Böden zu reinigen. Es ist ein großartiges Produkt und ich würde es jedem empfehlen. Ich habe mir den Kärcher Dampfreiniger SC4 Easyfix gekauft und bin sehr zufrieden damit. Er hat einen Dampfdruck von 3,5 Bars und eine Aufheizzeit von nur 4 Minuten. Mit einer Leistung von 2000 Watt und einer Flächenleistung von 100 Quadratmetern ist er sehr leistungsstark. Das Zwei-Tanksystem mit 0,5 Litern und 0,8 Liter ist sehr praktisch und das Bodenreinigungs-Set Easyfix erleichtert die Reinigung noch mehr. Die verschiedenen Düsen und Bezüge ermöglichen eine gründliche und effiziente Reinigung. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf und kann den Kärcher Dampfreiniger SC4 Easyfix nur empfehlen. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.